Ne, komm mal. Ne, also jetzt, jetzt ist es vorbei. Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne Adventskalender vorstellen. Yes, Freunde, Adventskalender. Denn ich war bei DM und habe hier hinten meine ganzen Adventskalender stehen, die ich eingekauft habe, um sie euch vorzustellen. Ist da noch was? Ah! Servus. Diese ganzen Adventskalender gibt es bei DM zu kaufen und wir haben unter anderem Trended Up, wir haben Maybelline, wir haben Essence, L'Oreal Paris und NYX Cosmetics. Und diese ganzen Pakete hier packe ich, also Adventskalender, packe ich heute mit euch aus und werde... ...werde euch zeigen, was dort drin ist und euch dann sagen, ob ich finde, dass es unnötig ist oder geil. War das deutsch? I don't know, but let's do this. Ich würde sagen, wir fangen als erstes an mit NYX Cosmetics. Und für mich ist so ein Adventskalender schon irgendwie wichtig zum Einstimmen auf Weihnachten, weil sonst kriegt man, glaube ich, nicht so richtig das Feeling. Habt ihr den Eindruck? Ich finde, es gibt für jeden einen Adventskalender. Es muss keine Schokolade sein. Ich habe zum Beispiel auch, ich glaube, ein Weihnachten oder zwei Weihnachten, da habe ich gesagt, oh, ich will keine Süßigkeiten essen, bla 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 bla. Meine Mutter hat mir so einen Tee-Adventskalender geholt. Das war übrigens der geilste Shit ever, muss ich sagen. Make-up habe ich persönlich eh genug. So ein Tee-Kalender wäre schon heftig, weil da war jeden Tag eine richtig geile Tee-Mischung dabei. Ja, da habe ich schon richtig meine Lieblingstees entdeckt. Aber ich stelle euch jetzt heute erstmal die Adventskalender vor. Beim NYX Cosmetics Adventskalender sieht man schon beim Packaging auf der Frontside, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was Diversity angeht. Man hat so gefühlt jede Hauptfarbe irgendwie dabei. Man hat einen Typen dabei. Es ist irgendwie alles vertreten, was ich schon mal sehr cool finde. Und das Ganze bestätigt sich auch, wenn man den Kalender öffnet. Die eine ist ein bisschen more curvy. Und ja, wie gesagt, wo ist der Typ? Ich höre nicht so sehr ein Doppelkinn, wenn ich das hier so mache. Was soll ich so machen? Das sieht man mich noch. Da ist der Typ. Man hat irgendwie so alles dabei. Jede Haarfarbe, jede Hautfarbe. Finde ich mega cool. Surprise, das sind 24 Türchen. Und ich würde sagen, ich öffne die jetzt einfach alle und schau mal, was da drin ist. Oh, ich so direkt. Richtiger Geiergier. Kann man das nicht auch anders machen? Bestimmt, oder? Oh ja, easy peasy. Come on. So macht man auch heutzutage. Was für eine Freude am Weihnachts-Adventskalender. Also wie gesagt, das ist ein Spoiler-Alert. Also wenn ihr den Adventskalender holen wollt, um euch zu überraschen, dann funktioniert das hier mit dem Video leider nicht. Das ist das Inside von dem Adventskalender. Oh mein Gott, das sieht so herzlos aus. I'm so sorry. Ich will euch einfach die Produkte zeigen. Ich nehme sie jetzt direkt einfach mal hier raus. Wie ist denn das hier alles? Ich kriege das gar nicht raus, hör mal. Oh, das macht voll Spaß. I love it. I love this Video. Oh mein Gott. Ja, okay. So schaut das Ganze hier ausgepackt aus. Wir haben zum einen Highlighter und Rouge in dem Adventskalender. Wir haben Lidschatten da drin. Und wir haben Lippenprodukte. Leute, ich habe mir gedacht, es ist klüger, wenn ich die ganzen Lippenprodukte, die dort drin sind, direkt mal auf meine Hand swatche. Dann habt ihr so einen ungefähren Überblick, was sich dort drin befindet. Wir haben total verschiedene Texturen. Wir haben die normalen Liquid Lipsticks quasi. Die Liquid Suits, Suits oder wie auch immer. Die Soft Mud Lip Cream. Die Soft Mud Lip Cream Metallic. Wir haben Gloss. Wir haben Lippenpflege. Also eigentlich alle Produkte, die ja Lippenprodukte haben, sind in dem Kalender drin vertreten. Die Lidschatten sind wie in so kleinen Büchlein. Da steht dann so Whipped Wonderland. Da hinten steht die Farbe drauf, Sweet Tooth. Und dann machst du auf, hast den Lidschatten. Und ich würde sagen, ich swatch die Lidschatten auch einfach mal. Wir haben einen schimmernden, so einen, ja weiß ich nicht, Bronzy Ton. Dann einen braunen, glänzendes Grau. Keine Ahnung, wofür man das braucht, habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Und so einen hellen Ton, so einen richtigen, zum Abpudern eigentlich so ganz natürlich. Dann einen dunklen Ton. Ja, Pigmentation ist so Medium. Aber noch so einen süßen, grüßenen Highlighter. Eigentlich ganz schön. Die Kombination der Farben, weiß jetzt nicht, ob man da jetzt so einen coolen Look mitmachen kann. Die braunen, das glänzende, ja. Das sind die Lidschattenfarben auf jeden Fall. Und dann kommen als nächstes jetzt, ich habe hier so eine Überforderung, meine Helfinger sind schon fisch. So, jetzt kommen als nächstes die Blush und Highlighter. Und dort haben wir 1, 2, 3, 4 Stück. Und die sind auch in so einem kleinen Büchlein. Und ich finde das, also Packaging-wise, echt süß, muss ich sagen. Ist so ein kleines Buch. Die swatche ich jetzt auch noch eben kurz hier hinten dran. Oh ja, das sieht schön aus. Das ist der Rouge und dann haben wir drei Highlighter. Okay, der ist so ein bisschen Dual Chrome-mäßig, krass. Cinnamon Spice. Ich denke mal, das sieht man jetzt auf der Entfernung nicht so krass. Aber der ist so golden, aber mit so ein bisschen so einem Grünstich. Man merkt irgendwie, die haben darauf geachtet, dass für alle Helligkeitsstufen, ein Highlighter dabei ist. Und das sind die Highlighter. Sieht man das? Ja, das sieht man. Ich muss sagen, insgesamt finde ich es schon echt einen coolen Adventskalender, weil der einfach Topic-mäßig. Wo ist die Verpackung? Man sieht es ja auch. Es ist so ein bisschen auf, zwar Weihnachten getrimmt, aber halt so Weihnachten in so einer Düster, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon so angehaucht, so ein bisschen in so einer, ja, Gothic-Stung irgendwie. Hinten habt ihr eh nochmal drauf, was alles drin ist in diesem Adventskalender. Ja, natürlich, auch wenn ihr im Laden steht, könnt ihr euch das genau angucken. Das Ganze kostet, lassen wir dann mal ihren Laptop aufklappen hier. 39,95 Euro kostet der Adventskalender, also knapp 40 Euro. Ja, ne, come on, eben eine Karaffe Wasser am Schmeißen. Ich denke mal, dass von der Wertigkeit her das Mehrwert ist als 40 Euro, würde ich jetzt mal so schätzen. Klar sind die Größen der Lippenstifte, der Lippenprodukte kleiner als sonst und Lidschatten denke ich mal auch, obwohl, ja, 2 Gramm ist ein bisschen kleiner als üblich. Aber ich glaube schon, dass man dennoch, dass es okay ist, also dass es passt. Ich glaube, es ist ein okayer Preis, aber ich werde das auf jeden Fall am Ende nochmal mit allen anderen vergleichen und dann sagen, welchen ich persönlich am liebsten mag, welchen Adventskalender. So, ich hatte euch eigentlich aufgenommen, wie ich meinen Thampen aufnehme und was es für ein Struggle ist und wir sehen jetzt eine Sachmutter gefallen und alles. Ungewolln, manche denken ja mal, ich mache es absichtlich, aber leider hatte ich das Mikrofon für genau die Aufnahmen ausgemacht gehabt und deswegen, ich weiß nicht, ob es mit drin ist und wenn doch, hab da ja nichts gehört, ne? Schade. Als nächstes kommt jetzt. Alles klar, schauen wir doch direkt mal rein. Was ist das hier für ein Kästchen? Das ist die 17? Süß. Hä, ne, verstehe ich nicht. Ah, open here. Okay, Moment. Okay, so ist das geplant, meine lieben Freunde. Essens hat sich richtig Gedanken gemacht. Nee, ist doch falsch. Ah, hier sind an den ganzen Seiten sind so Türchen, ja? Die kann man aufmachen. Ist das hier auch eine Tür? Marvin 26 versteht den Essens-Adventskalender nicht. Love it. Also man hat die ganzen Dinge eigentlich so zu und dann macht man das auf und man darf jeden Tag ein Türchen ziehen und hier ist das erste, dann ziehst du die eins raus und dann fallen die nächsten nach und dann kannst du da nach hier weitersuchen und dann findest du die zwei. Oh, damn Jesus, she's big. Oh, aber ist gefühlt nichts drin. Und dann rücken die anderen nach. Das ist natürlich mega cool, aber modern als eilig, Freunde. Oh, ich hab direkt die 24 in der Hand. Und was ist denn der absolute Ultra-Preis? Das ist die Essens Glow-To-Go-Highlighter-Palette. Okay, ich öffne das jetzt einfach alles mal ganz kurz und was ist das denn hier für ein Zettel? Was für ein Tag ist da der zweite? Am zweiten Tag gibt's nur ein Blatt Papier, oder was? Was ist er hier mit dem Blatter? Giftsticker, Geschenkaufkleber. Ja, dann zeig mal her, Essens, was das für Geschenkaufkleber sind. Oh ja, süß. Oh my dear, do not open until Christmas. Joy. Okay, das finde ich schon mal ganz cool. Ja, ich wollte das jetzt einfach erst mal alles auspacken und dann mit euch zusammen durchgehen. Was haben wir hier? Nail-Sticker. Dann haben wir einen Eyebrow-Pencil. Das ist halt schon echt viel Packaging, ne? Für so ein kleines Ding. Also ist süß, aber ist ganz schön viel Verpackungsmüll. Ich so auf einmal, eine richtige modernen weißen Kajal. Ja, also die hätte man noch irgendwie ein bisschen kleiner machen können, muss ich sagen. Brush Sleeves. Ach so, ich dachte gerade irgendwie für einen Weihnachtsbaum ist das was. Ach, da kann man seine Pinsel reinpacken, damit die wieder in Form sind? Ob zum Trocknen deiner frisch gewaschenen Pinsel oder beim Reisen zum Schutz, ja okay. Was haben wir hier sonst noch? Ein klein Cheek & Contouring Brush. Einen, oh, Nagellack in so einem richtig schönen Farbton. Body Sat here. Lippenstift. Ich swatch das einfach direkt, Freunde, why not? Kosmetiktasche. Happy Thoughts Inside. Ich weiß nicht, hier sind irgendwie voll viele Sticker drin. Finger & Bracelet Tattoos. Also ich verstehe bis jetzt noch nicht so ganz, warum bei Essence so viele Sachen dabei sind, die halt irgendwie kein Essence Make-up. Ist das normal? Hat Essence sonst auch immer so Finger & Bracelet Tattoos? Ah ja, da kannst du dir mit so Formen in deinen Nagellack reinmachen, was natürlich cool ist, weil Nagellack dabei ist. Oder auch zwei Nagelläcke. Was haben wir hier? Kiss with the Pinguin Lipstick. Was ist das? Ist das grau? Boah, das riecht schon krass. Hä, das verstehe ich irgendwie nicht. Color-changing lipstick that immediately turns from grey to pink on the lips. Oh, ich sehe es, es wird rosa. Girl, what's good? Und was haben wir hier noch? Oh, noch ein Nagellack. Noch ein Nagellack. Okay. Noch ein Nagellack. I don't know about this, to be honest. Haar und Accessoire-Band. Ich muss jetzt leider gestehen, kann ja cool so sein, sowas. Das Rote sieht noch okay aus, das andere ist ein bisschen... I don't know. Hä, da ist fast überall nix drin, Freunde. Was ist da hier? Warm Wishes, Mini-Greeting-Card. So kleine Grußkarten. Fame in a Bottle, was ist das? Ach, das ist wieder mal ein Nagellack, oder wird? Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es gerade richtig schwierig, weil fast nur Smoothing Gloss. Ich glaube, wir können auch mal drauf machen. Wir haben halt bis jetzt nur vier Produkte drin, die halt wirklich ein Make-up sind. Ah, nee, sorry, wir haben noch hier fünf. Oh, eine Nagelfeile, süß. Mascara haben wir. Und was haben wir noch? Und eine Handcreme. Seit wann hat Essence Handcreme? Okay, wir haben eigentlich... Ich werde die Palette jetzt... Swatch ich die jetzt auch? Dann kann ich sie nicht mehr verschenken. Ist auch irgendwie traurig. Ich zeige die so. Wir haben halt, muss ich sagen, bei Essence relativ wenig Make-up. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Adventskernlacken bekomme, damit ich mich auf Weihnachten freue, klar ist das süß, wenn man eine Karte hat, die man irgendwie an sein Geschenk dran packen kann oder so welche am Aufkleber für die Geschenke, die man verschenken will, weil klar, das macht auch Freude, aber irgendwie möchte ich persönlich lieber den Adventskalender auspacken und was haben, was mir dann quasi geschenkt wurde und ich kann mich daran erfreundet, kann es irgendwie direkt benutzen. Naja, aber das Meckern auf hohem Niveau. Ich meine es auch schön, Sachen zu verschenken einfach, ne? Da bin ich jetzt echt gespannt auf den Preis. Modern macht ihr Research. 24,95. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist das... Ist das nicht zu teuer? To be completely honest, ich weiß nicht. Essensprodukte sind doch eigentlich günstig. Wie teuer ist so ein Nagelack? 1,55. 3, 6, 9, 3 Euro, 3 Euro, 3, 12, 3,90 oder sowas. Ja, weiß nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen, ja nicht unbedingt enttäuscht, aber ich hätte mir ganz ehrlich ein bisschen mehr Make-up noch gewünscht. Ich finde bei Essens, ich brauche jetzt nicht unbedingt 5 Nagellacke irgendwie. Ich glaube, es wäre schon cooler gewesen, wäre da noch irgendwie Lidschatten-mäßig was dabei gewesen. Mascara ist dabei. Einfach eine Lidschatten-Palette von Essens. Dann hätte man so Full Face machen können und dann so 2 Nagellacke weniger vielleicht oder so. So Medium-Begeisterung bei mir, wie ihr merken könnt. Aber wir gucken erstmal weiter. GM Trended Up ist der nächste Adventskalender, den wir hier haben. Och, Fussel an der Nase. Übrigens ist der Essens Pinguin-Lippenstift Forever. Auf euren Nippen, glaube ich, weil ich den jetzt abgewischt habe mit einem Wipe und man sieht den rosa Strich einfach immer noch. Das sind alle Produkte, die ihr in dem DM Trended Up Adventskalender drin habt. Wenn ich das hier so sehe, bin ich schon gleich viel zufriedener als bei Essens. Ich glaube, es ist auch einfach, weil ich so ein Make-up-Herz habe. Ich will keinen fucking Sticker da drin haben und ich will keinen komischen Nagelkleber da drin haben und sowas. Für manche ist das schon cool. Mein Herz schlägt einfach so sehr viel Make-up, dass ich einfach nur Make-up da drin haben will und dann bin ich glücklich. Ich gucke jetzt hier direkt mal. Okay, wir haben Nagellecke. Und zwar haben wir vier Stück. Wir haben zwei so kleine und zwar einmal in so einem dezenten Gold, so ein Champagner-Gold und einem Bordeaux-Lila-Ton. Und dann haben wir ein Double Volume, ein shinyer Polish. Okay, das ist dann einfach eine andere Art und Weise, so ein grau-braun. Hübsch, hübsche Farben und dann so einen richtig geilen Holodimension-Nail. Der sieht schon echt cool aus, muss ich sagen. Geil! Boah, der sieht richtig geil aus. Einmal so auf meinen Einnagel drauf gemacht. Ich habe noch von meinem letzten Outfit so ein bisschen Nagel auf den Fingernägeln. Deswegen ist das jetzt nicht 100%, aber so ein Echt hat echt schöne Reflexe. Entweder er ist rötlich oder er ist so grün, ja, weiß ich auch nicht, grün irgendwo. Was ist das hier? Heutigkeitspännendes Nagelhaut-Gel. Ah, da ist so ein Pinselchen dran. Okay, das heißt, das sind die Nagelprodukte. Kajal haben wir. Wir haben eine Nagelfeile. Das heißt, die Nägel sind auf jeden Fall versorgt, denn wir haben hier auch noch Maniküre-Stäbchen mit drin. Wir haben noch einen matten Topper mit dabei. Dann haben wir einen Expert Make-Up Corrector Pen. Was ist das denn? Ach, das ist bestimmt zum Nachfüllen. Aha, fancy. Ich so, was soll man denn hier mitmachen? Auch Eyeliner ziehen. Zur Entfernung von Long-Lastic- und Stain-Produkten geeignet. Hä, ist hier gar nichts. Das stimmt doch, zum Entfernen von Stain. Und Long-Lastic-Produkten. Komm, Fusch am Werk, das funktioniert ja gar nicht hier. Ja, was ist das hier? Merry Christmas Eyeliner. Uh. In so einem Orange, Braun, Bronze. Dann haben wir hier Liquid Lip Cream. Wow, das Packaging ist so riesengroß einfach. Oh, was ist das? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen großen Lip Applicator gesehen. Oh, das ist ein Lippenstift. Oh, wow, das Packaging, wow. Schwierige Farbe, ne? Muss man auf jeden Fall ein Lip Liner oder so drunter machen. Ich glaube, der sieht ganz geil aus auf einem braunen Lippenstift. Auf einem matten, so als Highlight in der Mitte. Lipgloss und Lip Cream. Hm. Das sehe ich doch jetzt schon. Das kann doch auf der Lippe nicht gut aussehen. So eine Undichte. Wisst ihr, wo ihr dann das Gefühl habt? Auf der einen Seite ist das ein bisschen mehr als auf der anderen. Wie ist der Lipgloss so? Eww, was ist das für ein Applikator? Ich probiere mal den. Also der kommt, geht auch schwer da raus. Und dann kommt da direkt so viel so mit. Also irgendwie, ja. Kann ich mir vorstellen, diese Lippenprodukte. Auch dieses gräuliche Braun hier. Den Lippenstift kann ich mir auch vorstellen. Aber nicht alleinstehend, ohne einen dunkleren Lip Liner, ohne einen matten Lippenstift drunter. Also wenn ihr das Set hier holt, diesen Adventskalender, könnt ihr nicht einfach nur das auftragen, dass wir gut aussehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil es einfach zu krasse Farben sind. Da muss man echt, kann man irgendwie den passenden Teil dafür haben. Oder wirklich einen anderen Lip Liner dafür. Aber einfach nur die alleine. Ich glaube, das wird schwierig. Und ich mag das gern, wenn man halt in den Sets direkt das halt so drin hat, dass man auch wirklich das alles benutzen kann. Oh, warte mal. Hier ist noch ein Lippenstift mit dabei. Oh, der hat eine sehr schöne Farbe. Wow. Oh, der ist auch hübsch. Oh, der fühlt sich auch gut an. Die sind geil. Die kommen mir gut vor. Was ist das jetzt hier? Oh, hier kriege ich das raus. Was sollte das jetzt sein? Geschmeidiger Augenbrauenstift. Nee, komm mal. Nee. Also jetzt, jetzt ist vorbei. Lässt sich präzise auftragen. Präzise. Wie soll ich den äußeren Part meiner Augenbrauen damit präzise nachziehen? Wasserfest auch noch. Wenn du es dann schon verkaufst, dann schreib nicht auf die Verpackung. Für präzise Augenbrauen. Weil, honey, that's not right. Vielleicht funktioniert das für manche. Bei mir funktioniert es nicht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es jemals ausprobiert habt. Weil bei mir funktioniert es vielleicht auf keinen Fall. Oil-Free Mascara. Ja, Mascara halt. Eyeshadow. Oh. Hä, nur ein Eyeshadow? Nee, zwei. Okay, zwei Lidschatten. Ja, der ist ganz süß. Das sind die zwei Lidschatten. Kann man die gut zusammen verwenden. Der eine wirkt irgendwie so warm und andere so kühl. Ich blende die mal so ein bisschen ineinander. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich mir jetzt meine Hand angucke, ist das alles einfach nur braun oder rot. Aber auch irgendwie so alles so gleich. Also die Lippenstifte. Okay, da ist ein Nutlippenstift dabei. Aber die Rottöne sind, ich weiß nicht. I don't know. Was kostet die M-Trended Up? 27,95. Ich glaube, das ist gerechtfertigt. Ich meine, die M-Trended Up ist, glaube ich, ein bisschen teurer als Essence. Nagel. 2,25. Ja, das kommt wahrscheinlich von der Wertigkeit hin. Würde ich sagen, ist angemessener als bei Essence. Aber hat mich jetzt auch nicht vorm Poker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist okay. Also ich meine, es sind ganz coole Sachen dabei. Also bei Essence waren auch ein paar ganz coole Sachen dabei. Ich meine, diese Highlighter-Palette ist cool, dass die dabei ist. Und ein paar von den Glitzer-Nagelacken zum Beispiel fand ich auch cool. Hier mag ich auch schon gerne den Nagellack und die andere Nagellack auch. Und an sich so diesen Lippenstift, so diese Brauntöne. Ich finde es cool, dass so ein Set da ist für die Nägel. Dass man die wirklich, wenn da schon Nagellack dabei ist, auch fresh machen kann mit Nagelfeiler und sowas. Ihr müsst es für euch entscheiden, ne? Ich habe jetzt schon genug Adventskalender und die auch alle schon geöffnet. Ich brauche gar keinen mehr, glaube ich. Ich mache das ja für euch, ne? Ich packe das ja für euch aus. Und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht. So, und als nächstes L'Oreal Paris. Und ich habe gelesen, Adventskalender zum Selbermachen. Kritisch. Ganz kritisch. Selbermachen. Die ist bei mir ganz kritisch. Für manche vielleicht vielleicht ganz cool. Ich gucke auch einfach direkt mal, wie viel der Bude kostet. 44,95. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen preiswerter. Aber L'Oreal Paris ist halt auch ein bisschen eine preiswertere Marke. Oh, Gottes Willen. L'Oreal Mix Adventskalender Tüten und Sticker. Man hat hier halt einfach echt die Nummern quasi, 1 bis 24, auf so einem goldenen Sticker. Und dann hat man hier die einzelnen Tütchen. Und da kann man das dann öffnen. Kennt ihr diese Butterbrotstullen, die man dann bekommt von seiner Mama, wenn man in die Schule geht? So sieht das aus. Und dann nimmt man sich hier einfach, ich sag jetzt direkt mal, wow, L'Oreal Glam Beige Crushen, Crushen. Dann schmeiß ich hier rein und sagst du, komm, hier Tag Nummer 14, das wird super, da gönne ich richtig. Und dann mach ich dann einfach noch mehr rein, dann sag ich so, geil, L'Oreal El Vital, L'Oreal Revitalift, Revitalift Anti-Age. Ja, das ist auf jeden Fall nichts für Kinder, dieser Adventskalender. Pack ich alles rein, dann mach ich dazu und dann sag ich hier, Tag 14 läuft bei dir, hast du sonst nichts mehr an den anderen Tagen, aber 14 ist voll. Nein, Spaß, also so funktioniert das Ganze. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was wir alles hier drin haben für Produkte, die man dort rein sortieren könnte. Ich dachte tatsächlich, da wäre mehr Make-up dabei. Natürlich habt ihr eigentlich immer hinten auf der Rückseite, ja, habt ihr alles drauf, was drin ist, aber ich hab halt einfach nur gesehen. Adventskalender, zack, 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 nehme ich mit. Und deswegen gucke ich jetzt mal, also wir haben ein Anti-Haarbruch-Shampoo. Wir haben die L'Oreal Revitalift Anti-Age-Intensivpflege für den Tag. Steht da? Alter, 40, 50, 60. Ja, also wenn jemand von euch in dem Alter so seine Mama einen Adventskalender schenken möchte, ist das da vielleicht ganz gut. Dann haben wir hier ein Foundation, genau. Ich muss erst mal gucken, weil ich kenne ihn gar nicht so richtig. Einen Nagelack in Rot, Schlüsselanhänger, naja. Dann haben wir zwei Lippenstifte, und zwar in der Farbe Odis Hübsch. In der Farbe Odis Hübsch. Einen freundlicheren, aber trotzdem noch so ein bisschen so warmstichig. Da so ein leichter, rosaner Unterton drin. Dann noch ein Color Glanz Pflegescham. Color Color. Dann haben wir eine Seidigkeitsritualmaske. Dann haben wir ein Leinsamen, Elixier und UV-Filter. Ich hab Fehler gelesen. Tagescreme fürs Haar, Farbpflege. Ja, sehr viele Pflegeprodukte für die Haare. Oh, das L'Oreal Paris Annette Haarspray. Das ist ja mein Tod mit meiner Doftschöpfalagie. Und deswegen haben wir jetzt gleich noch mal in einer großen Ausführung. Dann haben wir ein Nährpflegeelixier zum Ausspülen. Ein Make-up Entferner, Express für Augen und Lippen. Wir haben Color Vista Washout. Ist da immer hinten drauf, was für eine Farbe drin ist? Immer das Mintfarbene drin. Hätte ich ja sogar richtig Bock mal wieder drauf, gell? Was denkt ihr? Soll ich mal wieder Farbe machen? Jetzt, wo ich immer Spray-Tan hab und Self-Tan hab und so. Dann kommen wir zu dem Red Retouch Nagellack. Die haben ja diese Verrückten, die so wie so ein Stift benutzt werden. Und dann haben wir Kuren fürs Haar. Die Anni auch für die Haut. Da ist so ein paar Proben mit dabei. Eine Foundation, die hat dann so random irgendeinem Farbton da drin ist. Ist halt immer ein bisschen schwierig. Würde ich generell einfach eher nicht in so welche Sachen reinpacken, weil es halt meistens nicht passt. Aber man kann es ja auch verschenken. Dann haben wir eine Mascara. Einen Kajal oder Liner. Und was ist das hier für ein Set? L'Oreal Multi-Masking Mini-Set. Klärende Maske, Detox-Maske, Peeling-Maske. Da ist auch direkt angegeben, welche man für welchen Bereich im Gesicht benutzen sollte. Ja, relativ wenig Make-Up. 44 war das, genau. Ich glaube, 44 ist angemessen. L'Oreal Produkte sind generell eher teuer. Beziehungsweise im mittleren Bereich auf jeden Fall für die M eher bei der teuren Seite. Und deswegen, glaube ich, ist es auch total angemessen. Ist halt eher, ja, alles ein bisschen haarlastig. Wir haben auch ein bisschen Make-Up, aber eher wenig. Und ich meine, wenn dann Foundation drin ist und so, die Farbe muss halt passen. Also höchstwahrscheinlich kauft ihr euch das und es passt nicht. Das heißt, im Endeffekt bleibt euch nur der Lippenstift, ja, die zwei Lippenstifte und der Kajal. Das ist die L'Oreal zum Selbermachen Adventsbox. Als nächstes kommt der Maybelline Adventskalender. Der ist super riesengroß einfach. Da ist jetzt auch besser richtig viel drin, weil sonst finde ich es ein bisschen übertrieben, dieses Packaging. Oh, da ist was drin, was ich gar nicht gebrauchen kann. Ach, cool. Das, was ich cool finde, ist, dass man das hinten einfach abnehmen kann. Und dann weiß nämlich niemand mehr, was drin ist. Und dann kann man das seinen Kindern geben. Es gibt safe nur vier Klebestreifen an dieser Verpackung. Und ich bin trotzdem derjenige, der versucht, das aufzureißen, weil ich mich weigere, alle vier Klebestreifen abzumachen, weil es immer so anstrengend ist. Ein Träumchen. Und hier bei diesem Adventskalender haben wir ein paar Produkte. Wie teuer ist denn der Maybelline-Kalender? 34,95. Tatsächlich billiger als der L'Oreal-Kalender. Und ich sage euch jetzt direkt, was dort drin ist. Wir haben als erstes dreimal die Babylips Lippenpflege. Und die haben, soweit ich weiß, immer so einen ganz leichten Farbtoner auf. So ein bisschen. Das ist einmal so rot, peachy und einmal so ein bisschen braun. Die sind mit dabei. Dann haben wir eine Wimpernzange. Wir haben eine Pinzette. Und wir haben eine Nagelfeile. Die sind irgendwie so ein bisschen reingeklebt, damit sie nicht rausfallen. Die anderen Sachen nicht. Auch interessant. Wir haben zwei Lidschatten. Die swatche ich euch natürlich auch super gerne, weil ich es liebe, diesen Kleber hier unten abzufümmeln. Boah. Geil, die Nagelfeile ist super. Da haben wir einmal hier einen, ungefähr so wie der andere Farbton auch war. Aus welchem Kalender waren das jetzt hier? Aus dem Trended Up, glaube ich. So ein bisschen so braun, bronzy. Und dann haben wir ein, das ist bitte ein mattes Schwarz sein. Es ist ein mattes Schwarz, welches auch irgendwie schon rausfällt. Love that quality. Wo ich mir dann direkt mal denke, geil, es ist ein mattes Schwarz dabei. Das finde ich cool, aber was soll ich mit einem Braun und dann Schwarz? Also entweder ich mache das ganze Auge schwarz oder ich mache das ganze Auge braun. Also beide zusammen. Joa, ein bisschen schwierig. Ich sehe hier jetzt nämlich keine andere Lidschattenfarbe. Vielleicht noch so eine dazwischen wäre ganz cool gewesen. Da hätte man direkt damit auch einen Look schminken können. Aber man kann vielleicht nicht einfach alles haben. Dann haben wir auf jeden Fall auch drei Nagellacke. Und zwar haben wir ein super, super dunkles Rot, würde ich jetzt mal sagen. Burgundi. Burgundikis. Dann halt wirklich ein Rot und ein, oh wow, das ist das Peach Pie. Einen super, super hellen Ton. Eine Super Stay Probe. Da habt ihr natürlich eben auch immer das Problem, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei so Foundation Produkten und sowas. Auch hier, hier ist die Dream Cushion drin. Dass die Farben halt entweder dann zu eurem Hautton passen oder halt nicht. Da habt ihr halt dann Glück. Das ist halt super random da drin. Genauso wie hier dieser Concealer, würde ich sagen. Ah ne, ne, das ist ein Highlighter für die Augenbrauen. Ups. Dabei zum Auftragen ist zum einen der Ebelen Make-Up Blender. Oh wow. Ach, da sind sogar ein paar DM Sachen mit dabei. So ein Blender von DM. Und, naja, verstehe ich jetzt aber auch nicht so ganz, warum haben wir denn den Make-Up Blender, wenn sie doch ihren Super Make-Up Verblender haben. Den habe ich irgendwo schon mal ausprobiert und den fand ich total schrecklich. Also der hat gar nicht funktioniert für mich, aber eben das Seine. Wenn ihr den schon mal ausprobiert habt und der bei euch funktioniert, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und schreibt es auch in die Kommentare, wenn ihr den auch ausprobiert habt und der für euch auch nicht funktioniert. Dann haben wir tatsächlich ein Pinsel von Ebelen. Ich bin halt echt so ein richtiger Bauer, ey. So ein, so ein abgespitzter. Kann man damit gut auftragen? Das hat so ein Synthetik-Ding. Ist das für Concealer oder so? Wahrscheinlich, oder? Ah ja, Concealer-Pinsel und ich, so kann man gut auftragen. Ich dachte nämlich aus der Ferne, das wäre so ein Blending-Brush, weil der so von der Form so ist. Aber es ist tatsächlich ein Concealer-Pinsel. Ja, das wird wahrscheinlich ganz gut funktionieren damit. Ich finde es auch ganz gut, dass ihr so eine Form habt. Habt ihr aber tatsächlich noch nie ausprobiert. Dann haben wir als nächstes noch einen Lip Liner in einem Braunton. Aber, warte mal. Ist hier irgendeine Lippenstifte drin? Ah ja, da sind Lippenstifte. Lipp Liner. Und wir haben dann die Lippen-Contour-Palette. Die habe ich sogar damals, als ich in der Maybelline-Transport war, benutzt. Das sind die Lippenstiftfarben, die noch drin sind in der Palette dann quasi. Sind halt alles so rot und so ein bisschen lila Töne. Der eine sieht halt super dark aus. Der hier in der Verpackung ist aber tatsächlich dieser hier. Dann haben wir als nächstes Kajal in schwarz und einen Eyeliner. Der sieht ein bisschen seltsam aus, aber ich glaube, das weiß nicht, ob der gut ist. Hab ihn auch noch nie ausprobiert. Und dann haben wir noch zwei Mascara. Und zwar einmal die Maybelline Perfect Black mit so einem Kopf. Und dann eine mit so einem riesigen, glaube ich, ne? Die Lash Sensational. Ist das so eine Pegge? Was ist das für ein Fatton? Black Gold? Wie kann denn etwas Black Gold sein? Ja, okay, Black Gold kommt schon hin. Aber wer macht sich denn so welche Wimpern? Naja, if you're feeling it, go for it. Und dann zu guter Letzt und wirklich nicht drauf zu verzichten. Nur Schlüsselanhänger mit. Maybelline. Mein Fazit. Ich würde sagen, mein Lieblingskalender ist der von NYX. Eindeutig. Der gefällt mir tatsächlich am besten, weil das Packaging einfach mega cool ist. Es ist mal was Neues. Und weil die Produkte da drin halt auch einfach irgendwie geil sind, muss ich sagen. Der ist noch nicht mal der teuerste und ich finde ihn trotzdem irgendwie am coolsten. Man hat Lidschattenprodukte, schön viele Lidschatten und Lippenprodukte und das finde ich cool. Die anderen finde ich jetzt auch nicht schrecklich oder sowas. Ich finde es nur schade, dass bei Essens relativ wenig Make-up drin war. Ich finde sie eigentlich alle interessant und ich denke, dass für jeden von euch was dabei. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was nämlich euer Lieblingskalender ist. Dann würde mich nämlich mega interessieren. Denn es gibt natürlich auch Leute, die sehen total aus auf Nagelprodukte oder halt einfach nicht so viel Make-up und sind dann eher bei dem L'Oreal-Kalender. Dann checke ich mal ab, was ihr so sagt. Und außerdem soll ich diesen Kalender vielleicht verlosen. Ich habe ihn über, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe meinen jetzt ja eigentlich schon ausgepackt. Ja, checkt mal meinen Instagram ab und schreibt mir unter mein letztes Instagram-Bild, ob ihr diesen Kalender vielleicht haben wollt. Wer von euch will den Namen? Schreibt es mir unter mein letztes Instagram-Bild, dann verlose ich ihn vielleicht einfach direkt an jemanden. Links sind in meiner Infobox und in den Kommentaren zu meinen anderen Social Media wie Instagram, also auf Twitter und Facebook und TikTok und alles. Man isst das ja von Wild-Afteilung. Bah, ist ja echt was hafft. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne noch ein Dörbchen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten wieder. Macht's gut, mein Lieben. Ich habe euch lieb. Muuuuh. Ich habe euch lieb.